Ob persönlich, online oder am Telefon, seitdem die Gasbeschaffungsumlage gekippt wurde und eine Gaspreisbremse bekannt gegeben wurde, ist in unserem Kundenservice ganz schön was los. Natürlich möchten wir alle eure Fragen kompetent beantworten. Bitte habt daher Verständnis, dass das momentan auch mal etwas länger dauern kann. Die Flut an Neuregelungen macht es auch uns nicht leicht. Ihr könnt aber immer darauf vertrauen. Sobald es konkrete Beschlüsse gibt, die euch betreffen, werden wir euch sofort darüber informieren. Die Preisspirale am Energiemarkt wird sich leider weiter drehen und Preissteigerungen können in Zukunft auch weiter nicht ausgeschlossen werden. Der Gasmarkt wird sich erst beruhigen, wenn die ausgefallenen russischen Lieferungen komplett kompensiert werden. Nach aktuellen Schätzungen der Bundesnetzagentur wird das wohl erst im Winter 2024 der Fall sein. Deswegen lautet unsere Empfehlung an euch, belasst eure Abschläge in der jetzigen Höhe und achtet auch weiterhin darauf, sparsam mit Energie umzugehen. Ihr wisst ja inzwischen, wo ihr die Tipps dafür bekommt.